Hallo, mein Name ist Peter Karpitz. Ich drehe heute mein erstes Produktvideo und zwar für die Firma NETGEAR, für das Orbi System. Der Grund ist ja, ich bin von dem Produkt überzeugt. Also wir hatten ein Problem mit unserem 1&1-Router, mit Repeater. Wir sind fünf Personen im Haushalt, haben drei Kinder, alle im streamingfähigen Alter. Wir nutzen fünf Laptops, fünf Handys, wir haben einen iPad, wir haben einen stationären PC, wir haben inzwischen auch unser TV-Gerät ans Netz angeschlossen und so kam es immer wieder zu Problemen. Wir hatten das Problem, dass zum Beispiel Bilder, die wir gestreamt haben von unseren Server ruckelten, nicht geladen wurden und ihr braucht was Neues. Ich habe mich da umgehört am Markt und das Orbi System schien mir vielversprechend. Ich habe es probiert und ich muss sagen, funktioniert einwandfrei. Ausschlaggebend war eigentlich, dass wir hier in der Küche, das ist immerhin ungefähr, naja, von 15 Meter von unserem Router entfernt, auch unseren neuen Freund von Amazon hier nutzen und der seine Dienste oft verweigert hat, weil wir einfach zu weit weg sind vom Router. Mit dem Orbi System von Netgear war das jetzt kein Problem. Alexa, wie wird das Wetter in Hamburg? In Hamburg beträgt die Temperatur aktuell 17 Grad bei teilweise sonnigen Winden. Alexa, stopp! Wie man sieht, funktioniert das einwandfrei. Wir können im ganzen Haus hervorragend streamen. Wir haben jetzt auch auf unserer Terrasse und im Garten WLAN-Verbindungen verfügbar, wirklich sehr gut, ohne Einschränkungen. Das Setup war easy. Da gab es anstecken, einstellen, losgehen, loslegen. Und ja, ich kann also das Orbi System nur empfehlen. Ich habe hier nochmal die Verpackung hingestellt, damit Sie das auch mal sehen. Ein tolles System, funktioniert gut, kann ich nur weiter empfehlen. Vielen Dank! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020